Haben Sie angefangen für den Training? Ah, also 14 Jahre haben Sie schon die Prostik, kann ja noch. Was ist das hier? Also auch noch mal schon, ne? Ich weiß nicht. Mit zweiter Zukunft. Heute ist der Grund, dass wir gleich noch einen Kurs kommen. Also heute haben Sie den Schulabschluss gemacht. Vielen Dank.